Musik Die Aufgabe der Roten Nasen ist es, Menschen in Krankheit, in Leid, in Einsamkeit, in Angst und in Not zu unterstützen und mentale zu stärken. Musik Die Roten Nasen bringen aufgrund ihrer Freude und ihres erfreulichen Auftretens einen entscheidenden Anteil an der Rehabilitation zu folgen. Musik 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 Bei den Kindern ist es das große Bedürfnis nach Lebendigkeit, nach Fröhlichkeit und bei den alten Menschen ist es manchmal unerwartet noch einmal ein Rendezvous mit dem Leben. Musik 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 Ausbildung und ongoing training sind uns besonders wichtig bei den Roten Nasen. Dafür haben wir die Internationale Schule für Humor in Wien gegründet, wo wir jeden Monat Training haben, Ausbildung mit internationalen Lehrern, vor allen Dingen in der Kunst des Klaunens. Ein Höhepunkt des Jahres ist sicherlich auch das Rote Nasen International Summer Camp. Dort lernen wir voneinander und tauschen uns aus. Ich bin sehr dankbar für diese Zusammenarbeit mit den Roten Nasen International, weil sie einfach die Türen öffnet, unsere wunderbare Arbeit in die Welt hinauszutragen. Sie haben uns unglaubliche Unterstützung in Training, holl-know-how in Marketing, in Fundraising und alles. Ausgehend von Wien haben wir in unseren Nachbarländern, aber auch darüber hinaus, weitere Organisationen aufbauen können. Österreich. Magyarburg. Czech Republic. Deutschland. Kroatia. Slovensko. Slovenia. Neuseeland. Und wir hoffen, dass sie es noch mehr werden. Deutschland. 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 Superber. Stein zeigert sich in den B mantéեern.